Die Stadtmauer passiert und München verlassen. Jo, wir sind jetzt in München und... Eskortieren Sie die Ziviltransporter zum verlassenen U-Bahnhof südwestlich von München. Mindestens... Ja, wir müssen jetzt halt hier diese komischen Transporter mit Ingenieuren und Laborsputzis zum U-Bahnhof hier unten hinschicken. Jo, das wollen wir halt machen. Und inzwischen haben uns auch schon die Alien erreicht. Ihr seht, Aliens... Oh nein, Sie legen alles in Trümmer! Ja, schreckliches Szenario. Fliegen überall diese komischen Aliens rum. Zerstören alle Gebäude und die Mauern und alles mögliche. Ihr seht, die ganze Stadt, die Schott und Asche. Die können wir leider hier nicht auswählen, nur diese Frage oben. Die Brücke ist jetzt kaputt, deshalb müssen wir hier unten hin. Rück drauf! Wie ist das? Und die komischen Autos verfolgen die Zuglinie und nicht... Also wir können die nicht losschicken, sonst hätte ich die schon längst da gehetzt gehabt. Die Stadt steht in Flammen! Überall! So viele Menschen! ADF Rick Sieht cool aus. Einheit wird angegriffen. So. Wo verstecken Sie sich? Rind unter Weg! Bewege dich mal da hin. Alles! Alles ist weg! Alles weg! Oh, heul doch nicht rum jetzt! Wir schaffen die ja schon! Ich hab die Mission eben schon gemacht, aber... Gamecrash natürlich. Scheiß Windows-Taste draufgeklickt und dann Gamecrash. Ja, irgendwie passiert das immer bei Commander Conker. Und wo steigt die Partie? Vorwärts! Jagd sie hoch! Ja, der ist auch der Bürger. Nicht kaputt gehen. Eine Spur der Verwüstung! Denkst du, ich hab keine Augen im Kopf oder was? Ich seh doch, dass es kaputt ist. Wir haben noch nicht genug! Wo verstecken Sie sich? Und wo steigt die Partie? Die Mauern! Sie zerstören die Mauern! Echt? Tatsächlich? Wir machen uns fertig, Sir. Lange halten wir das nicht mehr durch. Wir sind bereit. Okay, die fahren auch jetzt weiter, hoff ich mal. Sonst wird die Mission auch noch Tage dauern. Die Menschen haben keine Chance! Natürlich haben die eine Chance! Aber kein Käse jetzt. Ihr Pitbull, wir sind bereit. Vorwärts! Boah, langweilige Mission. Erzähl ich doch mal irgendwas. Wo verschlicken Sie sich? Hm. Nö, lieber nicht. Sonst bleib ich wieder so viel Scheiße und dann... Feindliche Einheiten in sich. Ey, der ist lila und der ist blau. Ist doch schon mal was. Nö, seid doch nicht so langsam. Sie haben sich was abgekriegt, Sir. Alle Motoren verreckt. Wir versuchen Sie wieder flott zu machen. Halten Sie uns den Rücken frei. Wo steigt die Party? Yeah! Oh, jetzt tut doch nicht so... Eure Autos sind komplett heil. Guck mal, wo ist denn da mit dem Motor verreckt? Laber keinen Scheiß. Verdammt! Die BMPs! Sie verlieren irgendwo Flüssigkeit. GDI-Platoon Epsilon ist einsatzbereit, Sir. Wir geben Ihnen Deckung. An die Arbeit! Alles übersetzt mit Opfer, verdammt! Ingenieure sollen wir jetzt... Infanterie-Trupp. ...das reparieren lassen. Die Gebiet sichern. Komm schon, du Schotthaufen! Neues Bonus-Ziel. Boden-Unterstützung. Einheit wird angegriffen. Raketentroff! Seid vorsichtig! Ja, aber nicht. Einheit verloren. Mach einfach. Wir haben noch nicht genutzt. Rotoren wieder, okay, Sir. Fahren wir! Cool. Kommt schon! Feindliche Einheiten in sich. Muss aber auch ein Höllenszenario sein, wenn man so von Aliens eingelaufen wird. Gebäude eingenommen. Ach so, Spro. Gebäude repariert. Kraftwerk repariert. Schallimiter sind gleich online. Schallimiter heißen. Ich dachte immer noch, hier ist ein Schallimiter oder so. Der Sound ist geil. Brrrr. Ja, dieser Song ist für euch, ihr Freaks. Genießt den Sound. Initialisierer Video-Admin. Unsere Schallimiter schwächen offensichtlich die Invasoren-Commander. Die Information hat es mir jetzt so gebracht. OMG. Na aber nicht so'n Scheiß. Hier hatte ich den Gamecrash. Bin scheiß auf die scheiß Windows-Taste gekommen. Leider Gottes. Oh, ich will das Spiel zu Ende spielen. Ich will mit Zelda Minish Cap anfangen. Ich will die Reden, Alter. Alter, nee. Genug! Und los! Cool ist doch, wenn die Einheiten levelt. Wir sind wieder startklar. Bringen wir's hin, wir sind in die Brücke! Wir sind über die Brücke! Wir sind über die Brücke! Wir sind über die Raketentruppen und alles. Wir sind fast da! Sind fast da! Sind fast da! Sind fast da! Und los! Wieso wiederholst du dich? Die Elektronik ist ausgefallen. Hat zu viel abgekriegt. Wir kümmern uns sofort um... Oh, oh, einer ist gleich kaputt. Wittung, Sir! Einheiten bezahlt. Ach, geil. Muss ja nur einer überleben. Ich flicke es! Hoffentlich klappt's! Bereit! Wir sind bereit! Bereit! Bam, bam! Und Krabash! Was jetzt? Aber eilt euch doch! Komm schon, komm schon, komm schon! Durchhalten! Sind zu allem bereit! Ey, von so sieht das Kampfhörig aus wie ein Gesicht! Wenn ich jetzt mal von oben gucken könnte... Wenn ich jetzt mal von oben gucken könnte... Die Elektronik funktioniert jetzt wieder! Los geht's! Spongebob, Auge, Auge, Mund... Merkwürdig... Wenn ich jetzt mal von oben gucken könnte... So... Ich fahr mal aus dem Weg! Wir verstecken Sie sich! Haltet die Waffen bereit! Einheit bereit! Wir stürzen noch! Sonst stürzt ab! Unsere Basis wird angegriffen! Wird repariert! Bodenunterstützung! Schießt die ab! Verteidigt die ja! Ja! Verschanzen! Macht offenbar auf! Der Brücke macht jetzt einen Bunker, genau! Tatsächlich! Die graben die Brücke um! Schwupp! Schwupp! Einheit wird angegriffen! Schwupp! Jetzt geht's ab! Alles unter Kontrolle! Gut! Hier sind die Autos, yo! Das wäre dann auch geschafft! Ich hoffe, ich habe dafür jetzt wirklich mal nur ein Part gebraucht! Sonst muss ich jetzt wieder doppelt und dreifach! Wir sind da, Sir! Evakuieren den GDI-Rad! Ja, los! Ja, dürfte jetzt zu Ende sein! Hoffe ich doch mal! Ich bedanke mich fürs Zuschauen! Lasst einen Kommentar da, wenn ihr wollt! Und ich wünsche euch noch was! Euer DRP!